so herzlich willkommen zu einer weiteren folge von borderlands 1 und ja wir sollen uns jetzt die transmitter konsole reaktivieren dazu brauchen wir drei teile anscheinend und die werden wir uns jetzt besorgen und 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 Das war so nicht geplant, das war so nicht geplant. Ich weiß nicht, umso weiter wir kommen, umso... ...und mal wird. Einfach... Um... Vollträffer! Oh Gott, der kommt! Oh, wir machen das jetzt ganz anders. Ich würde mir jetzt mal die ultime Waffen zusammenstellen. Okay. 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 Körnig für 10, Mann. Was ist das? Was ist das? Haha, erwischt! Ah, ich bin hier drin. Ah! Ah, ich bin hier drin. Ah, ich bin hier drin. Ah, ich bin hier drin. Oh yeah, das war ganz meiner. Oh yeah, das war ganz meiner. Oh, 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 das war ganz meiner. Das tut mir echt allmählich. Ich will doch nur diese Teile haben. Und die hindern mich die ganze Zeit dran. Das kann echt nicht mehr normal sein. Oh, das war ganz meiner. 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 Ich hoffe nicht, dass da noch mal wieder irgendwelche Endgegner kommen bei mir. Ich hoffe nicht, dass da noch mal wieder aufhören. Ich hoffe nicht, dass da noch mal wieder aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020